Hi, ich bin der Max und willkommen auf diesem neuen YouTube-Kanal. Ich möchte mein Online-Business auf das nächste Level bringen und euch dabei mitnehmen. Tatsächlich gemeinsam mit euch lernen, aber euch auch meine Erfahrungen und Tipps weitergeben. Mein Ziel ist es auf jeden Fall so vielen wie euch, Motivation zu geben, zu inspirieren und zu helfen, einfach selber ein Online-Business aufzubauen. Weil wenn ihr das macht, habt ihr irgendwann auch finanziell so viel mehr Möglichkeiten, was aus eurem Leben zu machen. Könnt auf Reisen gehen, könnt aber halt auch einen normalen Job weitermachen, aber einfach besser leben, weil nebenbei halt das Online-Business-Loch läuft. Und wir haben meistens eigentlich auch so viel Zeit über, die wir unnötig auf TikTok oder Instagram oder mit Netflix-Serien verschwenden ab und zu. Und die Zeit könnte man auch ein bisschen nutzen, um einfach in Online-Business zu investieren und langfristig auch einfach Einnahmen zu generieren, dazuzulernen und sich ein besseres Leben aufzubauen. Man weiß nicht, wie die Rente aussieht in ein paar Jahren, deswegen schaut, dass ihr euch was aufbaut. Und ja, dafür bin ich da und ich möchte euch da motivieren. Ich selber habe vor ein paar Jahren angefangen, habe mittlerweile einen Etsy-Shop, den ich auch im Lockdown angefangen habe zu bauen. und der hat mittlerweile auch schon über 300 Verkäufe. Ich bin im T-Shirt-Business drin, das heißt, ich mache Merch bei Amazon, verkaufe T-Shirts bei MBA, aber auch bei Spreadshirt. Das sind schon vierstellige Beträge im Jahr. Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte, definitiv nicht, aber ich möchte mit euch diese Reise gehen. Und ja, auch mit meinem anderen YouTube-Kanal zum Beispiel, der wirft auch schon ein paar Einnahmen ab, zeige ich euch auch alles. Ich möchte da auch sehr transparent sein. Und ja, ich freue mich super, falls euch dieses Thema interessiert und falls ihr auch Motivation braucht für euer Online-Business und falls ihr jemanden zum Austausch braucht, dann abonniert doch gerne den Kanal, schreibt mir einen Kommentar, was so eure Sachen sind, die ihr gerade so macht. Und vielleicht kriegen wir hier auf dem Kanal so eine coole Community hin, die sich einfach da austauschen möchte, die sich gegenseitig Tipps geben möchte und dass wir einfach hier so eine coole Community sind, die sich einfach gegenseitig unterstützt. Und ich glaube, es machen einfach noch viel, viel zu wenig und sehen viel, viel zu wenig das Potenzial dahinter. Und dafür möchte ich da sein und ja, gemeinsam irgendwie mit euch mitwachsen, weil es gibt sicher einige, die in den ganzen Sachen auch noch viel, viel besser sind als ich, aber man lernt halt dazu. Und wir sind alle nicht als perfekte Menschen vom Himmel gefallen, die alles perfekt beherrschen von SEO über Website, über T-Shirt-Designs, über Video-Editing, über Instagram, Social Media und sowas. Deswegen, ja, könnten wir hier einen ganz coolen Pool schaffen. Und ja, seid gespannt auf die kommenden Videos. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut. Ciao.